So nach der Doktor Pyro kommen wir zu der Schwächster Pyro. Auch eine coole Batterie, Klassiker Osunoma. Neuheit 20.18. Wir schauen auf jeden Fall mal. Da raucht schon wieder was ab. So wie Schwester Pyro. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Schaut gerne beim nächsten Video wieder rein.